Hallo bitte draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ich habe hier ein spezielles Thema. Okay, es ist vielleicht eigentlich, könnte man sagen, sinnbefreit, aber andererseits, diese Sinnbefreitheit hat eine derartige Macht in der westlichen Welt, medial und politisch inzwischen, dass ich das einfach mal aufgreife, das Thema. Und ja, eigentlich ist es, wie gesagt, gedacht, also wenn es nicht so traurig wäre, wäre es eigentlich lustig und warum mache ich das eigentlich gar nicht so mein Thema bisher, aber zum einen habe ich mich tatsächlich so ein bisschen beschäftigen wollen und müssen, einmal beruflich für die Kurse und auch weil ich jetzt über was im Kanal gestolpert bin, den ich echt interessant finde, mit dieser ganzen Gender-Kack-Geschichte, Entschuldigung, und jetzt war ich auf Google irgendwie und Google sagt, macht da immer so Vorschläge und gleich so drei Dinger wieder in die Richtung, mit Trans und mit Gender und mit wie die Frauen alle geknechtet werden. Naja, und dann sehe ich hier Rock am Ring mit Musikmännern und ich habe gedacht, Alter, ich war als alter Metaller und Rocker, ey komm, da muss ich mal reingucken, ne. Und das ist also der Grund, warum ich das Video eigentlich mache. Tatsächlich hat es aber tiefgehendere Bedeutung, als wir denken. Weil diese Leute, die ich jetzt gleich vorstelle mit ihren Ideologien, sind gefährlich. Denn wir sehen, was passiert mit Leuten, wo man vor vielen, vielen Jahren sagt, die Spinner da, die mit den Latzhosen, die sich kein Deo nehmen und sich die Haare wachsen lassen, die grünen Spinner, die werden doch nie was. Ja, und heute verbieten es euch die Autos in der EU. Das heißt, man sollte sowas nicht auf die Leiter der Schulter nehmen. Tatsächlich sollten wir diesen Fehler nicht noch einmal tun. Und ich denke, das gilt für viele der Strömungen in dieser tollen Gender-Blase. Denn, und das sage ich auch, da gibt es Dinge, die sind berechtigt und richtig. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit tatsächlich etwas mit Transfrauen und Transmännern fachlich beschäftigt. Einfach aus Interesse, weil ich, wie gesagt, auch für die Kurse, die ich gebe, mich vor einiger Zeit auch mal auf diesen Kram so ein bisschen einarbeiten musste, weil das nämlich jetzt in Wirtschafts- und Sozialkunde offiziell aufgenommen wird. Warum auch immer. Aber da seht ihr wieder, wie stark die Lobby ist. Wie stark die Lobby ist, dass so etwas in offizielle, zu lehrende Ausbildungskataloge aufgenommen wird. Da merkt ihr also, da ist eine starke Lobby, die steuert. Und dementsprechend, da habe ich zufällig einen Kanal gesehen, letztens, den ich wirklich ganz spannend fand und da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Vielleicht mache ich da auch nochmal irgendwann ein Video drüber, muss ich mal gucken. Aber jetzt genug der Vorrede, gehen wir mal ganz kurz in das Ding hier rein. Warum kickt mich das so? Also, Festivals wie Rock am Ring stehen in der Kritik, weil dort kommen Frauen auf der Bühne stehen. Dabei darf man nicht vergessen, auch Männerbands machen durchaus gute Musik. Ach, wirklich? Ich wusste gar nicht, dass Festivals wie Rock am Ring oder als nächstes könnte man ja wahrscheinlich Wacken nennen, in der Kritik stehen, dass dort kommen Frauen auf der Bühne stehen. Wo steht das in der Kritik? Habe ich das irgendwo in der Zeitung gelesen? Mich hat das auch keiner persönlich angesprochen in der Szene. Okay. Naja, gut. Und dann, auch Männerbands machen durchaus gute Musik. Das klingt so B-Klasse-lastig, als könnten die Frauen es eigentlich richtig und die Männer, naja. Ah, komm, lass uns mal spielen, das sind wir nett. Und ein bisschen, wenn ich mir das so angucke, in der Tendenz, zumindest in Deutschland und ich würde überhaupt in der westlichen Welt, ist das nicht die Realität, die ich sehe. Also, da machen Männerbands mehrheitlich die Musik und reine Frauenbands sind selten. Und die Frage ist auch, ist es wichtig? Oder kann man nicht Bands einfach mischen? Oder ist es mir eigentlich vielleicht egal und ich möchte einfach eine gute Musik haben? Diesen kätzerischen Auswurf, den ich eben gemacht habe, gucken wir uns später nochmal genauer an, wenn wir mal gucken, was die Judith hier, Lire, da so schreibt. Also, und hier, schönes Bild, ohne Kopf natürlich. Eine Bassistin pro Männerband könnte den Frauenanteil auf Festivalbühnen signifikant erhöhen. Sollte vielleicht eine Frau sein, die hier als Bassistin dient, aber wahrscheinlich hat man keine gefunden. Naja, gut, wie dem auch sei. In der Reihe die Pflichtverteidigung ergreifen wird das Wort für Personen, Dinge oder Gewohnheiten, die mehrheitlich kritisiert und abgelehnt werden. Dieser Artikel ist Teil von Zeit am Wochenende, Ausgabe 23 2022. Warte, Moment, ganz kurz. Dinge oder Gewohnheiten, Personen, die mehrheitlich kritisiert und abgelehnt werden. Ja, warum schreibt ihr dann was? Also, es wird ja nicht mehrheitlich abgelehnt. Also, wenn es mehrheitlich abgelehnt würde, würde keiner zu Wacken oder zu Rock am Ring gehen. Dann würde der Markt das regeln. Und dann gäbe es einen Shitstorm und dann würden die Veranstalter aus wirtschaftlichen Aspekten natürlich umdenken. Und vielleicht würden Bands das auch tun, wenn man ihre Musik nicht kaufen würde, weil sie irgendwie nicht weiblich genug sind oder so. Aber das passiert ja nicht. Okay, na gut. In der Rock- und Popmusik war es früher so einfach. Es gab Bands und es gab Frauenbands. Ja, es gab auch Bands, die gemischt waren. Also, na gut. Bands machten Musik für alle. Sie bestanden aus reihen oder überwiegend männlichen Mitgliedern und ihre Lieder wurden als geschlechtsübergreifend gültig betrachtet. Boah, und? Wo liegt das Problem jetzt? Ist doch gut. Können wir noch weitermachen. Hat eine Band hingegen nur oder überwiegend weibliche Mitglieder? Hieß das Frauenband. Und es war anzunehmen, dass ihre Musik an andere Frauen interessiert, weil Männer sich für Themen, die Frauen umtreiben, nicht interessieren. Also, sorry. Das halte ich für Bullshit. Also, wenn ich mal nur in den Metal-Bereich reingehe, ja? Die Queen des Metal ist immerhin eine Frau. Doro. Doro Pesch. Und, äh, wenn ich mir so angucke, wie viele, zumindest ist Bands mit Frauenanteil da sind, dann ist das nicht wenig. Nightwish als Beispiel oder, ähm, früher The Gathering, wunderbare Musik. Aber bleiben wir jetzt mal wirklich bei dem, was hier gefordert wird, reine Bands. Ja. Was ist denn mit Hart? Muss ich mal überlegen. War Hart eine, war da ein Mann bei oder war Hart eine reine Frauenband? Ich glaube, die waren auch gemischt. Aber zum Beispiel Phantom Blue war eine reine, äh, Frauenband. Und Wichsen, glaube ich, sind auch eine Frauenband gewesen. Also, wenn das so wäre, wie die schreiben, dann würde ich die ja nicht kennen, weil ich bin ja ein Mann. Und auch nicht irgendwie non-binary oder trans oder irgendwas. Ich bin einfach so ein richtiger verkackter Cis-Mann, glaube ich. Und, äh, dann hätte ich das ja gar nicht hören dürfen und dann würde ich das gar nicht kennen. Oder ist es vielleicht einfach so, dass es mir völlig Latte ist, ob eine Frauenband einen geilen Metal macht? Oder eine Männerband? Also nur mal so angedacht. Und, äh, wenn ich mir dann sowas anhöre, um mal wieder hier abzuschweifen, ganz, ganz großartig für mich, das Album. Ähm, warte mal, ich, Gott, wer hießen sie nochmal? Jetzt muss ich, Rage, nee. Ich hab's gleich, warte, warte, ich hab's gleich. Rage of Light. Rage of Light. Unfassbar geil. Unfassbar geil. Und, wer singt? Eine Frau. Und die kann richtig geil grunzen. Fantastisch. Und singen. Und deshalb ist sie ja auch mit ganz vielen anderen Bands schon unterwegs. Also, äh, die gute, werte Dame, die ist viel gefragt, weil sie's einfach auch kann. So, das, ne, also, nur mal so. Erstmal gibt's viele gemischte Bands und dass ich jetzt Frauenbands nicht hören würde, weil die irgendwas anderes machen, halte ich für falsch. Ja? Und selbst, äh, Frauenbands, die wirklich was Frauenkram auf die Spitze treiben, selbst die werden von Männern natürlich gerne angeguckt. Ähm, ich nehme da mal die Band, man, wie hießen die denn? Die waren super exzessiv, haben da auch so um halbnackt rumgelaufen, haben sich da gegenseitig, äh, wie soll ich sagen, warte, ich muss es jetzt so sagen, dass es nicht zu ordinär ist, gut umschrieben und ich nicht gesperrt werde. Ähm, die Muschel geschlägt? Ist das zu viel? Ist schon wieder zu viel, ne? Aber ich kann's nicht anders beschreiben, also, die waren da sehr exzessiv und die hießen, Mann, wie hießen die doch gleich? Elend. Eine britische Band, glaub ich, mega berühmt eigentlich. Die hatten eine sehr exzessive Bühnenshow und haben, glaub ich, auch öfter mal Fans draufgerufen, damit die auf der Bühne da mal so Dinge machen konnten, die Frauen und Männern zu machen. Das war eine reine Frauenband und die haben sich da um auch Okkutismus gekümmert und so weiter und so fort. Also, äh, und um, äh, weibliche, äh, wie soll ich sagen, Sexualität und, äh, weibliche Identität und so, da hätte ich ja sagen müssen, ist ja gar nicht meins jetzt. Und trotzdem weiß ich, wie sie heißen, auch wenn ich einen Namen vergessen hab und ehrlich gesagt so richtig viel von denen gehört hab ich eigentlich nie jetzt, muss ich gestehen. Ich hab sie aber am Rande mitbekommen, weil man, man kriegt ja, wenn man sich für Musik interessiert, auch mal viele Sachen mit, so Bandnamen, die man aber nicht gehört hat, ja. Ich, ich weiß auch, dass es Uriah Heep gibt und ich kenn nicht viel von denen, ne? Nur so als Beispiel. Okay. Gut, wie dem auch sei, also diesen Punkt, den halte ich für, äh, für irgendwie komisch und nicht so ganz gültig. Hm. Also halte ich für eine plakative These einer komischen Lobby wieder hier. Ähm, kurz gesagt, Frauen macht eine Kunst für Frauen, Männer macht eine Kunst für Menschen. Nein. Sehe ich nicht, so ist Quatsch. Das ist einfach mal eine Behauptung. Na gut, das ist heute alles ganz anders, da Frauen recht hartnäckig darauf bestehen, als normaler Teil der Kulturgeschichte und nicht als Sonderkategorie wahrgenommen zu werden. Also das klingt so, als hätte die Männerwelt Jahrhunderte, die Frauen in ihrer künstlerischen Betätigung, auch was Musik angeht, völlig unterdrückt und ihr keinen Teil in der Musikgeschichte zugestanden. Ey, das ist doch Bullshit. Gerade Musik wird natürlich von Managern viel Geld angesteuert. Das sehen wir bei dieser ganzen, äh, künstlich produzierten, wir haben ein Casting-Show-Geschichte Musik. Ähm, aber es ist auch so, gute Musik hat auch was mit handwerklicher Qualität zu tun. Ähm, mit Technik, qualitierte Technik, mit Gesangskunst und so weiter. Und ja, natürlich hat das viel was zu tun mit Pushen und nicht jede Band, die gut ist, kommt hoch, das ist auch ganz klar. Aber dennoch hast du mit einer guten Leistung eben eine bessere Chance als mit einer schlechten. Das heißt, zu einem gewissen Teil regelt der Markt noch, auch wenn da viel, viel Geld natürlich drinsteckt und viel gepushe. Das will ich, will ich ganz klar sagen. Und wie gesagt, es ist nicht ein Automatismus, dass eine gute Band nach oben kommt. Das ist so nicht. Aber, ähm, das war auch nicht immer so. Das hat sich verändert. Die wohl krassest gepushten, äh, sehr berühmt gewordenen, was die meisten gar nicht wissen, sind die Beatles. Also, wenn da Geld hinter steckt, geht das schon eine Menge. Und nichtsdestotrotz, der Markt regelt. Wenn die Musik kacke klingt, dann hören es weniger Leute. Auch wenn es gepusht wird. So, ähm, also von daher, wir haben hier nicht irgendwie Frauen draußen gehalten und gesagt, nee, läuft nicht und so. Ähm, und es mag ja vielleicht auch sein, dass Frauen und Männer tatsächlich irgendwie ein bisschen unterschiedlich sind, eine unterschiedliche Mentalität im Schnitt haben und sich für unterschiedliche Dinge interessieren. Ja, sowas soll es geben. Tatsächlich. Also, ihr seht schon, ich bin so ein, so ein, so eine reaktionäre Kacksau, die diese Geschichte mit Binary und mit, äh, sozial konstruierter Geschlechtsrolle nicht so richtig ernst nimmt. Gut, wie die Masai. Hier haben wir weiter. Also, äh, Frauen, äh, durften quasi nicht in der Kulturgeschichte wahrgenommen werden. Das ist hier die Aussage. Ähm, ja, also ich muss dazu geben, ja, ja, reine Frauenbands im Metal zum Beispiel sind in so einer Kategorie. Aber doch nicht, weil, weil irgendwie sich die Männer hingestellt haben und gesagt haben, die Frauen dürft das nicht. Nein. Woran liegt das? Weil Frauen vielleicht einfach weniger Bock drauf hatten. Weil Frauen sich vielleicht für was anderes interessieren. Ja? Und, oder weil Menschen vielleicht auch gesagt haben, das mag durchaus sein, ah, Frauenbands kommen vielleicht nicht so gut an. Aber dann muss ich sagen, wenn das so wäre, dann hätten Hart und Co und Phantom Blue keinen Erfolg gehabt. Und Doro Pesch auch nicht. Wenn es an der Frau liegt, sozusagen. Okay? Doro Pesch, ähm, hat eine Männerband im Hintergrund gehabt. Okay, aber egal. Also, die ist keine, das ist natürlich keine reine Frauenband, gebe ich zu, aber okay. Ähm, früher konnte man leicht vergessen, dass Frauen einfach die Hälfte der Bevölkerung ausmacht. Man sah ja kaum welche. Äh, äh, okay. Also, wenn ich im Konzert war, habe ich auch eine Menge Frauen gesehen, aber nicht auf der Bühne. Gut, wie dem auch sei. Wenn man auf Bühnen blickte, standen auch so viele Männer, als man glauben konnte, der Frauenteil auf der Welt liege groß zu scherzbar 10%. Das dachten vermutlich auch die Kulturveranstalter, was erklären würde, weshalb sie immer größere Probleme hatten, Frauen überhaupt zu finden. Ja, könnte es erklären. Es gäbe auch andere Erklärungen dazu, nämlich, dass vielleicht einfach die Interessen unterschiedlich waren. Und dass vielleicht gewisse Musikrichtungen eher frauenlastiger sind und gewisse andere Musikrichtungen vielleicht eher männerlastig. Könnte es vielleicht daran liegen, dass wir verschieden sind und verschiedene Interessengebiete haben? Möglicherweise. Ähm, gut. Und wir haben hier noch so ein Ding, was mich immer unheimlich ankotzt. Mann, ich bin wieder so etwas vulgär heute hier in diesem Video. Immer dieses, ja, das muss alles immer über, genauso sein wie der Frauenteil. Also, wenn wir 50% Frauen haben, da müssen in jeder Firma 50% sein und auch in der Musik und im Theater und so, sonst geht das ja alles nicht. Da kann ich euch nur sagen, Schätzchen, du bist rückständig. Da würde ich jetzt mal sagen, als der Gutmensch, und was ist mit Transgender? Du kannst doch nicht 50-50 die Welt teilen. Das ist ja voll unfair. Und was ist mit Gender und Binary? Also mit 50-50 und Frauen und Männer? Das ist echt reaktionär von dir, liebe Autorin. Aber gut, anbei. Es macht doch keinen Sinn. Es macht arg keinen Sinn. Warum soll denn jetzt eine Band irgendwie, weil warum soll die Hälfte Frauenbands sein? Die Frage ist ja auch nicht, die Frage ist ja, die hier steht, im Raum steht, geht es nicht um Frauen- und Männerbands, sondern geht es darum, dass Bands jetzt grundsätzlich zur Hälfte aus Frauen bestehen müssen. Das ist ja im Prinzip das, was hier gefordert wird. Was soll das? Ich will doch gute Musik hören, und es ist mir doch Latte, beziehungsweise ich habe überhaupt kein Problem, wenn die ganzen Metal-Bands mit lauter tierisch gut aussehenden Mädels besetzt werden, die genau die gleiche gute Musik machen, rülpsen und Bier trinken. Okay, Entschuldigung, das ist ein bisschen klischee-lastig, aber ich war halt in Wacken. Also wenn das so wäre, ich glaube, ich hätte gar nicht so das Problem damit. Also es liegt ja nicht daran, dass ich Frauen in der Szene verachte, überhaupt nicht. Allerdings finde ich es auch okay, Männer zu sehen. Also so ohne Männer finde ich es auch ein bisschen langweilig, weil jeder sucht seine Vorbilder, findet vielleicht einen Style von manchen Leuten gut, findet toll, was die machen. Also warum muss ich das so künstlich halbe-halbe machen? Und genau an der Stelle, genau an der Stelle, kriegt man diese Leute auch, weil diese ganzen tollen Gender, Feminismus, wie heißt das, LGBTQ oder was auch immer, Lobbyisten, und die kommen dann immer und fordern sowas. Ja, aber dann gehen wir hin und sagen, ja, ist okay, aber ich finde, das finde ich auch gut, was du so sagst, 50-50-Quote, aber ich hätte dann gerne bei den Bauarbeitern auch 50% und im Kindergarten, die Erzieher müssen auch 50% Männer sein. Das ist okay, ja, oder so vielleicht. Und da wird es dann schon ganz dunkel, weil das wird nie thematisiert. Gut, heute hingegen wird eine Band nur aus Männern, als solche wahrgenommen, mit der geschlechterübergreifenden Allgemeingültigkeit ist es dahin. Pimmelparade zwischen böse Zungen bei ihrem Anblick, während das Wort Vulva-Formation eher selten, wie wenn es mit Frauen gebraucht wird. Ich habe noch nie das Wort Vulva-Formation gehört, noch nie. Pimmelparade aber auch nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, solche Dinge existieren wirklich nur im Kosmos, dieser ideologisch verbrämten Lobbyisten und Aktivisten. Also wirklich. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie gehört, noch nie jemanden gehört, ich habe noch niemanden getroffen. Okay, vielleicht habe ich einfach die falschen Freunde, weil ich halt so ein reaktionärer Typ bin, wie ich bin. Vielleicht habe ich die falschen Freunde und bin einfach in meiner Blase, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der sich darüber aufgeregt hat. Naja, okay. Wer als Band nicht zumindest ist, eine Bassisten, der vorzaubern kann, wird völlig gestern riskiert, wirtschaftliche Nachteile. Wiss? Wiss? Was? Äh, Beweise? Quellen dafür? Fortschrittliche Veranstalter laden einen nämlich nicht mehr ein, um sich nicht die Diversitätsquote zu versauen. Also. Zum einen halte ich das ja für absoluten Schwachsinn. Also erzähl mir nicht, Wacken würde nicht laufen, wenn nicht regelmäßig Frauen dabei sind, die in die Band schwingen. Also halte ich für ein echtes Gerücht. Zweitens. Fortschrittliche Veranstalter laden einen nämlich nicht mehr ein, um sich nicht die Diversitätsquote zu versauen. Das wäre dann der Fall, wenn es eine Diversitätsquote gäbe. Das heißt, du gesetzlich bestraft werden würdest, wenn du es nicht tätest. Das hätte dann nichts mehr mit Kompetenz und Qualität zu tun, sondern würde nur sagen, ich muss das tun, weil ich sonst künstlich, wirtschaftlich so bestraft werde, dass es sich nicht lohnt. Also muss ich, auch wenn die Kompetenz hier überhaupt keine Rolle spielt, Frauen mit in die Bands nehmen. Und soll das eure Welt sein, die es gut macht? Soll es das sein? Und das bringt mich wieder zu dem allgemeinen Quotenkram. Quoten definieren immer Leute irgendwo rein, weil sie ein Geschlecht haben. Und nicht, weil sie Kompetenz mitbringen. Und das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Und das sieht man übrigens auch in der Politik. Gut. Dabei würde eine Bassisten-Pro-Männer-Band in Frauenanteiler-Festival-Bühnen signifikant erhöhen. Schon müssten sich Veranstaltungen wie das Rock am Ring an diesem Wochenende nicht mehr wegen eines Frauenanteils im einstelligen Prozentbereich verhöhnen lassen. Als Cock am Ring zum Beispiel, so heißt es ein Charity-Projekt unter der Schirmherrschaft von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Ganz kurz, sie müssten sich nicht mehr verhöhnen lassen von Leuten wie Menschen, die mit Claudia Roth irgendwie einer Meinung sind. Wisst ihr, ein paar Rock am Ring wird Geld verdient. Ich glaube, das ist denen völlig egal, ob sich einer von euch aufregt. Ihr seid einfach mal eine Minderheit und seid einfach völlig unwichtig. Es handelt sich um ein Sample, auf dem Frauen die Männerbands der CC-Ring-Festivals covern als Nachhilfe sozusagen. Und die Komikerin Caroline Kebekus veranstaltet am 6. Juni ein weiblich besitztes Gegenevent mit dem in diesem Kontext verwirrenden Namen DCKS-Festival. Schön. Ja, macht doch. Ist okay. Also, wenn ihr dann auch so viel Zulauf bekommt wie bei Rock am Ring oder mehr, dann habt ihr recht. Weil der Markt regelt es dann. Ja, und wenn nicht, dann ist es vielleicht gar nicht so wie er sagt. Und ihr seid vielleicht doch nur eine kleine Minderheit, die hohe Wellen schlägt, aber da ist dann vielleicht nichts hinter. Bin mal gespannt. Ihr könnt immer ein Video dazu machen und einen schönen Artikel schreiben. Ich kann gerne mal an der Zeit gucken. Übrigens, mal ganz kurz, ihr seht es hier oben, was für eine reaktionäre Zeitung. Kann man die anzeigen? Links ein Z und rechts ein Z+. Wo bin ich denn hier gelandet? Was ist denn das Wort? Das ist die Zürcher, die Zeit? Nein, das ist ja, also wirklich. Also, ich habe gerade in meinem Kurs, Leute gehabt, die haben mir erzählt, in der Berufsschule fliegt fristlos derjenige raus, der ein Z irgendwo hinschmiert. Jaja, so weit sind wir gekommen schon. Aber hier geht es irgendwie. Na, wie dem auch sei. Zurück zum Artikel. So viel Kritik und Häme schlägt Bands mit Männern heute entgegen, dass wir sie im Rahmen dieser Kolumne verteidigen möchten. Denn auch Männerbands machen durchaus gute Musik. Es ist so lächerlich, Alter. Es ist so lächerlich. Also, ich spreche jetzt mal nur vom Rock und Metal-Bereich. Aber ich könnte sicherlich auch andere Sachen nehmen, wie Blues oder sowas oder sonst was. Es gibt immer gemischte Bands in jedem Bereich. Es mag sein, dass sie in die verschiedenen Sparten etwas differenzieren. Aber Männer haben immer gute Musik gemacht und damit immer viel Geld verdient. Sie machen nicht durchaus gute Musik, sondern sie machen wahrscheinlich in vielen Bereichen dominant gute Musik. Die Frage ist auch, was Männerbands sind. Nur mit Männer oder darf es auch eine Frau bei sein. Also, warum muss man auch so verbrämt so denken? Ist doch völlig in Ordnung, wenn ich eine Männerband habe mit einer Frau oder eine Frauenband mit einem Mann. Warum muss ich denn in solchen Kategorien denken? Das ist nämlich dieses, ich muss auf jeden Fall Geschlechter sauber trennen. Ja? Und weil ich das so im Kopf habe, muss ich sie danach in Bands mischen. Das ist total, das ist total irre, ist das. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen Geschlechterrassismus eigentlich. Völlig Banane. Ähm, gut. Ähm, gut. Also nochmal, so viel Kritik und Hemel schlägt Bands mit Männern heute entgegen, dass wir sie im Rahmen dieser Kolumne verteidigen möchten. Nein, tut es nicht. Es gibt keine große Kritik an Männerbands. Vielleicht in deiner Babel, äh, pff, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade Blase und Babel gemischt, ne? In deiner Babel oder in deiner Blase vielleicht, aber am Rest der Welt ist den Leuten das völlig egal. Äh, denn auch Männerbands machen durchaus gute Musik. Leider fallen uns nicht mehr viele Argumente ein. So sprechen wir lieber unser Mitgefühl aus, besonders all den aussortierten Bassisten. Haha, ach, ihr seid ja lustig. Mein Gott, habt ihr gelacht. Ja, also, ja, wenn euch dann keine Argumente mehr einfallen, dann vielleicht, äh, seid ihr einfach ein bisschen fantasielos oder habt von Marktwirtschaft und guter Musik, keine Ahnung. Könnte ja auch sein. Ähm, naja, es ist sicher nicht leicht für sie. Aber wenn Frauen sichtbarer werden sollen, müssen Männer ein bisschen Platz machen. Ja, okay, und das ist jetzt der Ansatz, Frauen müssen sichtbarer werden, weil sie haben es irgendwie noch nicht gepackt. In eurer Welt ist das so, weil sie unterdrückt werden. In meiner Welt ist das, weil sie vielleicht kein Interesse hatten oder sich im Wettbewerb vielleicht auch nicht durchgesetzt haben oder was auch immer. Ähm, in beiden Fällen ist es so, dass ihr mit Gewalt und über eine Quote, und das ist ja das, was hier im Text besprochen wird, mit Gewaltmänner verdrängen wollt, um Frauen an den Platz zu schieben, an dem sie nicht sind, weil sie aus irgendwelchen Gründen da nicht sind. Also, das ist dieses Ding mit der Pfostenschildkröte. Ihr kennt eine Pfostenschildkröte, ne? Oder nicht? Gut, Moment, ich erkläre das nochmal. Eine Pfostenschildkröte. Also, es gibt diesen Witz, da kommt irgendein Typ an einem, an einem, so einem Zaunfall vorbei und sitzt oben halt eine Schildkröte. Auf dem Zaunfall, oben drauf so. Und da versteht er überhaupt nicht, wie ist die hochgekommen, was macht die da? Und dann kommt ein Bauer vorbei und er sagt, naja, was ist denn das da? Das ist eine Pfostenschildkröte. Ja, aber was ist denn eine Pfostenschildkröte, sagt er. Da sagt der Bauer, ja, pass auf, das, äh, also das ist jemand, der, äh, ist auf, auf den höchsten Platz gekommen, hat überhaupt keine Befähigung dazu und keiner weiß warum. Das ist eine Pfostenschildkröte und so ähnlich wäre das dann auch hier. Und, ähm, wie gesagt, Kompetenz ist vielleicht auch ein ganz gutes Datum und wenn ich das wegmache durch Geschlechtsquote, dann benachteile ich viele gute Leute und erhöhe Leute, die es nicht verdient haben. Möglicherweise nicht verdient haben. Und wenn die es verdient haben, dann wird es sicherlich möglich sein, für sie nach oben zu kommen. Und übrigens, in Bands hat auch das soziale Gefüge noch eine Rolle zu spielen. Weil, es möglicherweise so ist, ich spekuliere jetzt nur, aber es könnte ja immerhin sein, dass das soziale Gefüge, das miteinander gut können, eine Rolle spielt und dass vielleicht deshalb reine Frauenbands oder reine Männerbands manchmal es vielleicht einfach haben. die Frauen sind unter sich, die Männer sind unter sich, man macht derbe Sprüche bei den Männern, die Schlüpferigen bei den Frauen und es läuft halt. Man muss sich keine Gedanken übermachen, wenn ich jetzt hier so einen geilen Spruch reiße und mag die Bassistin den vielleicht nicht so, werde ich vielleicht als Gitarrist auch bald ausgetauscht, wegen, ihr wisst schon, das ist ja vielleicht auch nochmal so eine Geschichte. vielleicht ist es manchmal so, dass manchmal ungemischte Gruppen auch gut funktionieren können. Ich sage ja gar nicht, dass Gemischte nicht funktionieren, aber vielleicht ist das ja auch ein Grund, dass sie einfach die Kumpels treffen, zusammen trinken und sagen, wir wollen mal Musik machen, komm, und dass ja eben keine Frau bei ist. Kann ja sein. Also man muss es ja nicht immer so bierernst sehen und alles so als bösartig und Unterdrückung ansehen. Vielleicht sind die Dinge einfach so, weil sie sich so entwickeln. und das hat nicht zwingend was damit zu tun, dass der alte, weise, böse Mann die Frauen unterdrückt. Also wie gesagt, denn wenn das so wäre, dann gäbe es die Band Archer in mir nicht und Rage of Light auch nicht und Dropesh wahrscheinlich auch nicht. Beziehungsweise Ex-Warlock. Ich hoffe, die Leute können mir erfolgen, aber ich bewege mich gerade in meinem musikalischen Methi. Also von daher ist das wieder so ein Artikel von einer Lobby, die sich aufspielt als Sittenwächter und hier eine Position vertritt und eine Rolle annimmt, die sich selbst zugeschreibt, aber die diesen Leuten niemals von der Märtergesellschaft gegeben wurde. Gut, nochmal. Wir gehen nochmal rein, weil dieser letzte Absatz, der ist so suffisant, so mit leichter Ironie, so mit leichter wir werden euch fertig machen, Ironie. Hahaha. Also deshalb gehe ich nochmal rein, weil es auch ein bisschen was über die Arroganz und die Selbstverliebtheit der Autorin sagt. Es ist sicher nicht leicht für sie, aber wenn Frauen sichtbarer werden sollen, müssen Männer ein bisschen Platz machen. Vielleicht finden sie noch eine Aufgabe in einer Frauenband als Backgroundsänger oder auch als geheimnisvoller Klarinettist für diese eine bestimmte Stelle in diesem einen bestimmten Song. Das wäre doch im Sinne der Diversität. Also hier kommt unverhohlen so ein bisschen der Männerhass raus. Ja, sie kriegen auch nur so eine kleine Rolle irgendwo im Hintergrund und sie haben es halt verdient abgewertet zu werden. Das kommt hier raus. Das impliziert, dass Frauen, wenn sie in Männerbands sind, immer nur Kackrollen haben im Hintergrund, die keinen interessieren. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Es gibt so viele Bands, die wahnsinnig erfolgreich sind, die als Frontfrau eben eine echte Frau haben. Das gibt es massig. Wie gesagt, Within Temptation, Nightwish zum Beispiel. Ja, nur so als Beispiel. Und es gibt so viele andere Bands, die in früheren Zeiten Erfolg gehabt haben. Björk zum Beispiel oder Skankanensi oder es gibt irre viele Frauen, die vorne gestanden haben und die nicht irgendwie im Hintergrund versauert sind als Backgroundsängerin, die keiner sehen wollte. Das ist total albern und das ist eine reine Kopfgeburt bei diesen Leuten hier. Das Problem ist, diese Leute haben wirklich meiner Ansicht nach echt einen an der Murmel die leben in einer Blase, einer Ideologieblase mit einer Menge Männerhass und einer Menge Gefühl von ich werde benachteiligt, weil ich bin eine Frau. Nicht, dass sie sich dann vielleicht eingestehen würden, vielleicht bin ich auch nicht kompetent genug oder nicht durchsetzungsstark oder so. Könnte ja auch mal eventuell sein. Ich bezweifle nicht, dass Männer manchmal Frauen diskriminieren. Das bezweifle ich gar nicht, aber doch nicht im Schnitt. Das ist ja übrigens die größte Verschwörungstheorie der Welt. Das ist nämlich die größte Verschwörungstheorie, das halte diesen Leuten auch immer gerne vor. Nämlich die Verschwörungstheorie besteht darin zu sagen, dass das Patriarchat und die Männer jahrhundertelang alle Frauen klein gehalten haben. Das ist so eine Weltverschwörung aller Männer gegen alle Frauen. Das ist lächerlich. Das ist wirklich mal eine Verschwörungstheorie. Aber zurück zu dem, was ich sagen wollte. die leben in ihrer Blase. Das Problem ist, dass diese Leute gefährlich sind, weil sie gestützt werden. Sie haben eine Lobby, sie haben Geld. Es gibt überall jetzt Genderlehrstühle, die haben richtig Macht, die drängen die Politik rein, sie werden von irgendwelchen Stellen irgendwo hart finanziell, organisatorisch, politisch gefördert. Und diese Leute bekommen immer mehr Aufwind. Und die haben immer mehr Medienmacht und können immer mehr Shitstorms sozusagen hervorrufen. Wenn dieses Video gelöscht werden sollte, habt ihr den besten Beweis dafür. Diese Leute muss man ernst nehmen. Die sind gefährlich. Weil die transportieren in ihrer Woken Agenda unfassbar viel Hass. Und die tun auch zum Beispiel, wenn wir mal in dieser Gender-Geschichte wieder sind, der Sache auch teilweise gar keinen Gefallen. Also was die jetzt hier mit Gender und Non-Binary und so machen, ist nicht zum Beispiel im Sinne, von echten Transfrauen und Transmännern. Weil das nämlich eine riesige Modewelle ist, die hier läuft. Und sich von Wissenschaftlichkeit völlig abgekoppelt hat. Und ich gebe euch ein einfaches Beispiel dafür, wie diese ganze Blase missbraucht wird. Ihr seht, was hier gefordert wird. Macht die Männer weg. Und auf der anderen Seite kannst du jetzt als Mann einfach sagen, aha, ich bin eine Frau. Ich lasse mich zwar nicht umoperieren und ich habe auch keine Lust auf psychologische Tests. Das hat mich offiziell für eine Eintragung gepasst vorsieht, weil dazu gibt es ein kompliziertes Verfahren. Dazu musst du psychologische Tests machen und damit die Leute auch wirklich sicher sind, es ist nicht irgendwie eine Identitätsstörung, eine Persönlichkeitsstörung, sondern es ist echte Transsexualität. Und durch diese Modewelle tust du diesen Leuten überhaupt nichts Gutes, weil das so in Verruf gerät, sage ich mal, dass die Leute, die echt da Hilfe brauchen und wirklich Probleme haben, dass die zu kurz kommen. Dann passiert es eben, um jetzt den Faden wiederzufinden, dass jemand wie Tessa, ich glaube Tessa Ganserer, ja, als Mann mit einem Lolli zwischen den Beinen, ohne Passanpassung, soweit ich weiß, ohne den Willen für diese psychologischen Gespräche und ich meine, ich will jetzt nicht lügen, ohne Anpassung des Personalausweises, meine ich, über eine Frauenquote Frauen den Platz wegnehmen und die ganzen Frauen dahinter klatschen. Und das ist das Sinnbild dieses irren Westens, dieses kranken Westens, der von den anderen Staaten wirklich auch zurecht verachtet wird, ja, weil andere hier rüber gucken und denken, ihr seid so dekadent, ihr geht mit eurer Dekadenz direkt in den Untergang. Weil das wirklich völlig unlogisch ist. Komplett unlogisch. Da ist ein männlicher Körper, der einfach sagt, ich bin eine Frau und sich einfach Klamotten anzieht wie eine Frau und sich schminkt mit einer Frauenquote auf einmal drin. Das ist genauso irre wie mit dem Schwimmer. Vergessen, wie er hieß. Dieser Schwimmer, der in den USA gesagt hat, ich bin trans, hier trans Mann, trans Frau, was auch immer und jetzt schwimmt er ja offiziell bei den Schwimmmeisterschaften mit. Vorher hat er, während der Männerwettbewerbe im Schwimmen nie was gerissen, war Platz 400 unglaublich und dann schwimmt er bei den Frauen mit und gewinnt. Das ist für jemanden, der geistig gesund ist, sowas von krank und pathogen, dass man eben sieht, das hat ja auch was mit Kulturniedergang zu tun. Und ich betone, ich betone, ich bin liberal und ich habe absolutes Verständnis für verschiedene Ansichten, also ob jemand schwul ist oder nicht, ist mir Latte, das kann er halten, wie er will und wenn jemand wirklich trans Frau, trans Mann ist, dann finde ich das wirklich so, dass man den Leuten, wenn es wirklich so ist, das Leben erleichtern soll, das Leid mindern soll. Da bin ich absolut dafür, aber das ist was anderes als diese beknackte Modewelle, die hier läuft und die so einen Beliebigkeit, wie soll ich sagen, so ein, ich finde das Wort nicht so richtig, ja, die irgendwie so nach Beliebigkeit und nach Gusto ganz einfach, weil es dir gerade mal in den Sinn kommt mit dem Fingerschnippen, Sachen irgendwie umdefiniert, wie das Pronomen oder sonst was und dann alles verwirrt, alles zueinander würfelt, ohne dass sie irgendwas wissenschaftlich beweisen müssten und das stört mich und das steckt genau auch hier eben drin, das Thema geht natürlich noch viel weiter, aber genau das lesen wir dann und eigentlich, worum es hier geht ist, wir haben eine Riese Männerhass dabei, die Scheißmänner, die Frauen unterdrücken und das ist nicht gesund. So, jetzt habe ich mich wahrscheinlich in dieser LGB sonst was Community habe ich mich wahrscheinlich jetzt richtig verbrannt, macht mir aber nichts, vielleicht mache ich da auch mehr zu demnächst, weil ich muss mich wie gesagt arbeitstechnisch damit eben auch beschäftigen. Ich sage nochmal ganz hart, was hier passiert, ist eine Modewelle aus Gender, Quer und Feminismus, die ganz ungesund ist. Alles, was wissenschaftlich ernst zu nehmen ist, bin ich völlig dabei, aber diesen ganzen Modescheiß und jeden unter seiner eigenen Agenda zu unterwerfen, das ist einfach lächerlich und das ist auch tyrannisch. Mit diesen Worten ende ich, würde mich freuen, wenn ihr den Zweitkanal Wandernder Wolf sozusagen einmal abonniert und auch den Hauptkanal mich teilt bitte und mir gewogen bleibt. Bis bald, kommt auf Telegram und auf Gettere, da bin ich nämlich auch, Gettere ist der Lone Wanderer. Bis dann. Bis dann. Bis dann.